Die Temperaturen werden kälter, die Tage kürzer und das weihnachtliche Lichtermeer immer gemütlicher. Die Festtagsstimmung ist in Deutschland überall zu spüren. In Monaco mit Blick auf eine weiße Weihnacht eher weniger. Dort herrschen noch Temperaturen von über 15 Grad Celsius. Die Geißens sind trotzdem im Weihnachtsfieber und voller Vorfreude auf die Festtage. Die milden Temperaturen tauschen sie ein gegen ein Winterwunderland. Denn sie verbringen die Weihnachtsfeiertage wie jedes Jahr in ihrem Winterdomizil in den französischen Alpen. Im bunte.de-Interview erklären Carmen, Davina und Shania, wie sie ihren Alltag zwischen den Feiertagen gestalten. Ganz, ganz normal. Also da gibt es keine Putzfrau, da gibt es keinen Koch, da gibt es gar nichts. Da muss die Mama selbst putzen, waschen, bügeln. Und dann muss Papa kochen und dann muss sie mithelfen und dann muss sie mitkochen. Und wir gehen in der gleichen Zeit dann Skifahren und dann kommen wir nach Hause und legen uns auf der Couch und schlafen, bis das Essen fertig ist. Ganz normales Teenager-Leben, ne? Das große Dinner an Weihnachten muss legendär sein. Denn die Millionärstöchter loben Carmens Kochkünste in den Himmel und schwärmen vom alljährlichen Traditionsessen. Da kocht Mama. Das ist der einzige Tag im Jahr, wo Mama trinken kocht. Oh, nicht der einzige Tag, wo ich koche. Ich habe früher viel gekocht, nein, aber... Ne, 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 ist der einzige so richtige Tag, wo das genau dein ist. Ja, ja. Du kochst ja immer mit Papa, aber Papa ist normalerweise the main chef. Ja, da gibt es Tafelspiel. Ja, aber du bist Fisch und Chicken. Und sobald es Chicken gibt, das heißt es Weihnachten und Weihnachten kommt das große Huhn. Ja, danke. Vielen Dank.